Was ist die Klimaschutzstiftung und Nachhaltigkeit für die Klimaschutzstiftung? Ja, für My Climate, Klimaschutzstiftung, Nachhaltigkeit, Energie ist Klima. In der Energie stecken die Hauptemissionsquellen der Klimagase, sei es in der Mobilität, in den Gebäuden, in der Industrie. Wenn wir die Klimaschutz Emissionen reduzieren wollen, müssen wir das Energiesystem umbauen. Und deswegen ist die Energiewende auch eine Klimawende. Das haben wir heute von Jasmin Steiblin gehört. Es geht nicht nur um Strom, Stromwende, sondern es ist eine integrale Energiewende, die auch für den Klimaschutz beitragen soll. Also hauptsächlich CO2-Emissionen gesenkt werden. Und da braucht es Ambition, klare Frameworks. Das haben ja die Investoren gesehen. Wir brauchen sicherheit, klare, ambitionierte Frameworks und Ziele und internationale, globale. Installation, klare, ambitionierte Frameworks und Ziele. Die